Kochen und Backen 29.01.2019 mit Fernsehkoch Seltsamek kennt sie YouTube Zwetschgenkuchen Vorlage ist der schwäbische Zwetschgendaci, ein klassischer Hefekuchen Wir haben für unsere Variante allerdings einen Boden aus OAK-Ölteig gewählt Der geht schneller, ist leichter zu handhaben als ein Hefeteig und schmeckt genauso gut, besonders wenn er frisch ist Zutaten für 1 Backblechteig, 100 Gramm Zucker, 100 Milliliter Rapsöl, 150 Gramm Magerquark, 4 Esslöffel Milch oder Rum, 2 Eier, 300 Gramm Mehl, eine Tüte Backpulver, Belag 1 Kilogramm Zwetschgen, entsteint und verlesen, 700 Gramm, 100 Gramm Johannisbeergelee, Zubereitung, 1 Zuckeröl, Quark, Milch oder Rum und eine Prise Salz miteinander verrühren Die Eier dazugeben und ebenfalls verrühren In einer zweiten Schüssel Mehl und Backpulver gut vermischen Nach und nach unter die Quarkölmasse heben, zum Schluss alles verkneten Teig etwas ruhen lassen 2 währenddessen die Früchte waschen, entsteinen und halbieren Backofen auf 200 vorheizen Backblech mit Backpapier auslegen 3 den Teig über die gesamte Fläche ausrollen, an den Rändern etwa 1 cm hoch andrücken Jetzt die Zwetschgenhälften dicht an dicht, mit dem Inneren der Frucht nach außen Auf dem Teig verteilen, dabei leicht in den Teig hineindrücken Zum Schluss Johannisbeergelee erwärmen und mit einem Backpinsel dünn über die Früchte streichen Auf mittlerer Schiene etwa 30 Minuten backen Zeit, 30 Minuten zubereiten, 30 Minuten backen Tipps, die Zwetschgen vor dem Backen nicht zuckern Zucker bewirkt, dass die Früchte viel Saft ziehen, der in den Teig sickert Beim Bestreichen mit Gelee passiert das nicht und die Früchte glänzen appetitlich Als Belag eignen sich auch Pflaumen Hierbei müssen sie die Fruchtmenge um etwa ein Drittel reduzieren Da sie beim Backen viel mehr Saft abgeben Für einen kleineren Kuchen Nehmen sie nur die Hälfte der Zutaten